Regensburg Skate Battle 2011 Ok Leute, jetzt wird es ernst. Regensburg Skate Battle 2011 Jetzt geht es an die Auslosung der Teilnehmer. Ich habe hier schon mal etwas vorbereitet. Eine kleine Wahlurne, dass ihr seht, dass es wirklich nur zufällig ist. Ich misch das Ganze jetzt mal durch. Es geht um die ersten zwei. Ich nehme hier mal zwei raus. Das fährt zum einen Benno. Benno fährt gegen Maxi. Ok, dann kommen wir zu den nächsten zwei und schütteln noch mal kräftig pur, damit er weiß, dass nichts gezürzt und geschwindelt ist. So, die nächsten zwei Staller. Yeah, der Andi und der Paul von gegeneinander. Oh, 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 das wird spannend. Paul, ich kann dir jetzt schon sagen, Andi ist konsolidiert. Der muss mindestens noch einen Monat Pause machen. Ok, dann kommen wir zu den nächsten zwei. So. Pete, gegen. André, ja Wahnsinn. André, ich glaube, jetzt kommst du auf deine Kosten. Dann werden die nächsten zwei uns. Curvy. Christoph. Dann müssen wir wieder drüber zum Mini-Ramp. Die Mini-Ramp bringt Glück. Tan. Gegen. Jawohl, Alex. Noch mal durchschädeln. Damit ihr auch der Letzte sieht, dass hier nichts getürzt ist. Damit ihr auch der Letzte sieht, dass hier nichts getürzt ist. Mütze. Gegen. Hans-Jürgen. So. Wer bleibt noch übrig? Tom. Fritz. Gegen. Tom. Die letzten zwei Starter, naja. Jetzt ist wohl klar. Der Olf. Die Erste, der sich angemeldet hat. Gegen. Ilja. Ok, Jungs. Morgen geht's los. Sie. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.